Hallo, Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Ein weiteres Highlight aus Italien wartet auf Präsentation. Es dreht sich hier wieder um ein Männerhandtäschchen, diesmal im Aschfall in gelben Leder mit dunkelbraunen Riemen. Das, was sich dahinter verbirgt, ist die Spitze dessen, was man von Menschenhand fertigen kann. Fratelli Rizzini ist nicht unbedingt jedem ein Begriff, aber die Menschen auf dieser Welt, die sich mit feinen und exquisiten Flinten auseinandergesetzt haben, schnalzen sofort mit der Zunge, wenn sie diesen Namen hören. Der Betrieb Rizzini wird rein als Familienbetrieb geführt. Ich behaupte sogar, dass die Herren, die alle miteinander verwandt sind und in der Produktionshalle stehen, sich gegenseitig die Haare schneiden, damit sie keine Minute beim Friseur verlieren, sondern ihre ganze Kraft und Zeit zur Herstellung dieser fantastischen Flinten verwenden können. Das Modell, das ich Ihnen heute anbieten darf, ist das Spitzenmodell aus dem Jahre 1980. 1980 ist jetzt schon ein paar Jahre her, wenn ich rechne, 43 Jahre, aber sie ist jungfräulich, denn sie stammt aus einer Sammlung und ist nie zur Jagd ausgeführt worden. Rizzini hat diese Flinte, bevor ich sie Ihnen jetzt heute hier mit anbiete, noch einmal komplett durchgesehen, das Finish aufgefrischt, das heißt also, die Handpolitur wurde nochmal auf Auslieferungsstandard gebracht, Technik, Schlossfedern, alles ist aufs Allerfeinste geprüft, Fischhaut ist sauber gemacht worden und natürlich hat das Gewehr auch einen technischen Funktionstest über sich ergehen lassen. Wir haben ein wunderschönes, leicht rötlich eingefärbtes Holz, das ist exakt dem Zeitgeist aus den 90er Jahren entsprechend und wir haben eine Gavur, die sich sehen lassen kann. Patelli ist der Meister des englischen, feinen, gestochenen Arabeskenmotivs mit diesen wunderbaren Blumen und eben auch diesen kleinen Freistraßen. Das Ganze spiegelt sich auch wunderschön, da sieht es fast aus wie bei Boss Round Bodies, aber es ist halt eine Fratelli Rizzini, die sich hinter keiner Boss verstecken muss, sondern ihr sogar nach meinem Dafürhalten und mein vielfaches Überleben ist. Das Schöne daran, es ist eine klassische Side-by-Side mit einem Abzug und natürlich einer stillgelegten Gamesicherung, das heißt, hier müssen sie manuell sichern und entsichern. Sie sehen auch an der Basküle, dass diese Flinte überhaupt keinen Einsatz gezeigt hat. Auch die Stirnfläche ist jungfräulich, keinerlei Einbrandspuren von verschossenen Hülsen zeichnen sich ab. Also das Gewehr ist neuwertig. Neuwertig würde heute bedeuten 85.000 Euro Invest und ungefähr vier Jahre Lieferzeit. Die Läufe, Chopperlamp-Läufe, sind aufs Allerallerfeinste verarbeitet, werden auch im Haus gebohrt und weiterverarbeitet. Wenn Sie sich einmal noch mal die Aufnahme der Erektoren anschauen, ich zeige das einmal ganz kurz, jetzt habe ich sie eingefahren und jetzt werde ich sie ein bisschen rausdrücken, das ist von den Passspalten her sowas von marginal, dass es eigentlich nur gerade noch so viel ist, um die Mechanik bedienen zu können. Es ist atemberaubend, was die Familie hier leistet. Die Verlötungen, man hört es, sind sensationell. Wir haben auch hier eine sogenannte Sunken Rip bei diesen Läufen, das heißt eine, die leicht erhöht startet und sich dann zur Mündung hin zwischen die Läufe begibt und dort versinkt deshalb der Begriff Sunken Rip. Die Brünierung ist tiefschwarz ohne jeglichen Kratzer und auch hier sieht man an den Flanken des Verschlusses beziehungsweise der Laufhaken, dass nicht die kleinste Knitsche die Kanten verunstaltet. Das heißt, wenn diese Flinte zusammengelegt wurde, ist sie von fachkundiger Hand zusammengelegt worden und ohne jegliche Blessuren. Der Vorderschaft darf sich auch sehen lassen, alle Metallteile sind sensationell hochpoliert, die Schrauben stehen auf Strich und auch hier überflüssig, aber dennoch wunderbar, die Schraubenköpfe sind graviert. Der Pushrod ist natürlich auch super elastisch, die Feder ist auch hier gecheckt worden und die Flinte ist mit etwas über 3 Kilo ein sensationelles Gewehr zum Jagen und macht mit Sicherheit allergrößte Freude. Der Koffer gehört dazu, original, mit Pufferpatronen, Putzzeug und Putzstock und leider muss ich sie verkaufen. Das ist eine Flinte, die lasse ich nur schwer an Herzens gehen, aber wenn sie in gute Hände kommt, dann doch auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Der Preis ist hochattraktiv und wer eine klassische Flinte sein Eigen nennen möchte und sich nicht mit Mittelmaß oder nur einfach gehobenem Durchschnitt zufrieden geben möchte, sondern ein absolutes Spitzenmodell sucht, dann ist er hier mit der Fratelli Rizzini R1E allerbestens bedient und macht eine Punktlandung. Selbstverständlich würde ich über meine Qualifikation als CPSA geprüfter Schießlehrer eine Schaftanpassung für den Schützen vornehmen. Das kann man mit Sicherheit ohne großen Aufwand tätigen. Schaftlängen bis zu 38,5 cm sind hier kein Problem. Mittels belederter Kappe kann man das wunderbar machen, ohne die Ästhetik dieser Traumflinte zu zerstören. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Gewehr in gute Hände kommt. Und danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. ZEIT 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 ZEIT